Geiler Sound auf jeden Fall! Einmal tanken und dann zum anderen Camp vielleicht? Am besten wäre es, wenn wir zu dem anderen Auto zurückfahren und uns die Fuel Tank Parts holen eigentlich. Das vermag wohl zu stimmen. Okay, du navigierst. Mir wurscht. Wir kennen auch an so Airfield, wo wir letztes Mal die Headshots bekommen haben. Oh, ich weiß nicht, ob da was los ist. Okay, können wir mal hin, wenn du willst. Sind 1,8 Kilometer. Okay, sag an, Chef. Ja, immer weiter hier, glaube ich. Fahr jetzt mal nach Marka, weil ich weiß nicht genau, wo wir sind. Wow, Tokio Drift, yeah! Da rüber? Rechts geht die Straße. Links wären wir lieber, du? Okay, rechts. Ja, passt so, ich kann auch einen Kreis machen. Vielleicht treffen wir da wieder den Panzer, das kann natürlich auch sein. Also vorausschauend fahren, Kevin, du schaust, ob uns irgendwie ein Panzer entgegenkommt. Ja, bei mir ist gerade 25 FPS. Oh, ja, bei mir auch. Rechts, links? Okay, rechts, oder? Ja. Ich glaube deswegen den ganzen spawnenden Zombies und dem schnellen Fahren und viele Spieler und was weiß ich. Links, rechts? Äh, geradeaus ist eigentlich direkt unser Ziel. Also fahr mal rechts, ja, und dann hier wieder links. Pff, wow. Das echten heißen Sahnen hier. Ja, ich versuch's. Ich will mich nicht erwischen lassen für die bösen Jungs. Was? What the fuck? Ah, hier ist unser Oral. Durchquetschen. Platsch. Weiter rasen. Pum. Geiler Jump. Es kommt ja gleich das Airfield. Müsstens gleich schon sehen. Ah, hier müssen wir irgendwie rauf dann. Links steht ein Auto in der Wiese. Da ist wieder dieses geflippte Ding. Da sind wir doch rechts gefahren. Boah, hier links sind überall Zombies. Ah, schau mal, da können wir ein bisschen gucken. Er sagt an, was, wohin, wie lang? Fahr mal runter, oder? Da steht ein Huey. What the fuck? Ich stell mich an den Stein, ne? Jo. Hier bleib ich stehen. Vorsicht. Okay. Go, go, go. Audio. Cannot fire. Cannot fire. Ich geh mal von rechts ran, also Gesicht vom Huey. Ich hab mich an einen Baum gelegt, jetzt bin ich ohnmächtig. No way. Hast du einen Schuss gehört, ne, oder? Nein. Blutest du? Ja, ein bisschen, aber ich überlebst auf jeden Fall. An welchem Baum? Ach dahin. Rechtsrum haben wir nicht. Action für mich, yeah. Zu viel Stress für jeden. SD-Beschuss. What the fuck. Danke. Ja. Hau da sich den Kopf am Baum an. Wird erstmal ohnmächtig. Ja, nichts mehr. Perfekt. Null Deckung hier. Was sagt der, Juri? Weiß ich nicht. Ich lauf ein wenig flankiert ran. Scheiben sind schonmal scheiße. Palette. Äh. Engine rot. Rotor rot. Instrumente rot. Fick dich. Fick dich. Schade. Sagt das Gear. Schade. 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 Und dann meinst du liegen die dann irgendwo neben uns. Das wär der Wörst Case. Ja. Ich fühl mich grad recht halbwegs sicher hier eigentlich. Ok. Auf dem Schuldach seh ich auch schon Loot. Auch wenn's keine Schule ist. Ich weiß. Da wo die Hangars, die Dreieck-Hangars sind bei mir noch gar nicht geladen, oder? Die sind weg. Bei mir sind sie geladen. Und wo hast du die Zombies gesehen? Ach, da unten läuft einer. Okay. Da watschelt einer. Dann gehe ich da mal näher ran. Okay. Ach, die sind schon geladen. Ich habe nur falsch geschaut. No, keine Deckung. Nicht klug. Weiter laufen wir. Dem Jui fehlt alles, oder? Wow, 15 Frames. Zumindest alles wichtiger. Alter, warum spackt das so? Ich habe 15 Frames. Schaut es bei dir aus? Äh, normal ist es. Okay, jetzt hat sie es wieder gefangen. Aufzoomen, 40. Wahrscheinlich, weil ich auf die falsche Festplatte aufnehme, weil meine reguläre voll ist. Hm. Oh. Also ich glaube, hier werden wir... Ich zitter. Okay. Ich habe was getrunken. Okay, da ist nix. Der Zaun scheint aber da hinten immer platt zu sein. Ja? Ja. Er liegt da schon wieder genau an derselben Stelle. Okay. Wollen wir mal weiter, oder? Der coole Heli ist weg. Ja, ich denke schon. Weil... Du hast hier so Schiss, ja? Nö, nicht Schiss. Eine Minute AFK. Achso. Willst du hier... Dann willst du hier ausloggen, dann unterbreche ich mal. Oder so. Machen wir so. Achtung. Bring ihn um. Wo läuft der? Richtung Heli. Bring ihn um. Wenn es wirklich... Ich bin zu... Pass auf, das ist Cobra. Da können noch mehr sein. Aus welcher Himmelsrichtung kam der? Der kam genau aus Süden. Okay. Da habe ich einen schützenden Berg davor. Ah, da kämen wieder einen auf dem Gewissen. Ich schau mal... Ich schau mal rein, wie viele Kobras da sind. Zwei, habe ich gesehen gerade eben. Einer ist noch da. Leu, Mr. Abspritzer. Zwei... Der hatte eine AS50 in der Hand, du. Unten geliebt. Zwei Leute. Einer davon ist down. Und der andere wird vielleicht... Schützen. Wie nah war der am Huey? Weil ich bin verdammt nah dran. Ähm. Hm. Nicht so nah. Also schon ein bisschen, aber... Ganz schlecht beurteilen, weil ich gerade nicht mehr genau sehr woher liegt. Okay. Am besten du bleibst mal da oben. Ich habe nachgeladen. Also der kam von Berg unten nach oben. Ja? Genau Richtung Süden. Da kam er her. Lief neben mir vorbei. Denken mir so, what the fuck? Ach, das bist ja du. Guck hin. Gidi, AS50. Brrrr. Otto? Hör ich. Das ist ein Motorrad. Oder ein Quad. Da unten. Ich sehe es nicht. Auf dem R-Field fährt es direkt nach Norden oder hoch Richtung Ende. Richtung rechtes Ende, wenn wir drauf schauen. War er allein? Ja. Glaub schon. Ich habe es nicht richtig gesehen. Ich sehe nichts mehr. Aber ich höre ihn wieder. Da fährt er wieder zurück. Ein Motorrad. Bleib stehen, dann schieße ich. Ein Bandit. LOL. Hast du es gesehen? Nö. Was passiert? Er ist die Schanze, äh, die Dreikige, den Dreikigen Hangar hochgefahren. Er blutet. Er schießt? Ja, ich schieß. Oh, okay. LOL. Wieso ist der nicht gestorben, Mann? Ich habe den zwei Millionen mal getroffen. Und ist jetzt ein Cobra-Wär? Wer ist der Hammer-Tür? Der kann es jetzt auf jeden Fall hübsch bandagieren. Hast du gesehen, was er für eine Waffe hatte? Nee. Helikopter. Fuck. Cobra incoming. Komm, streck irgendwo deinen Kopf raus. So, bestimmt Rache nehmen. Ich glaube, es ist so ein kleiner Banden-Krieg jetzt. Ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall ordentlich was los, ja? Irgendwie mehr Helis kann das sein? Ja. Fuck, ich bin voll im freien Feld, Mann. Einfach hinlegen und ich... Oh, ah, das ist die Cobra. Ich läske es jetzt mal und renne zum Gidi, oder? Und du holst ihm sein Zeug. Versuch's, ja. Und kann damit Snipern. Und ich versuche, den anderen Kerl zu kriegen. Ich hoffe, die Cobra ist so laut, dass er meine Schritte nicht hört. Cobra, werd lauter. Komm her. Jetzt. Du, was mit der anderen A50 soll ich die mitnehmen? Wie, die A... Achso, keine Ahnung. Lol. Der ist gar nicht hier drin. Fuck, Kevin, der ist entkommen. Ja. Oh, fuck. Jetzt fühle ich mich gar nicht mehr gut hier. Nicht mehr gut? Weil ich jetzt nicht mehr weiß, wo er ist. Also ich habe jetzt doppelt... Alter, der fährt wieder, der fährt wieder. Oder? Nee, das ist nur das Motorrad. Scheiße. Geh mal ein bisschen weiter. So, mit zwei A50, mit zwei Max 2. Den Gili habe ich nicht. Der liegt noch da. Ich weiß nicht, wo er hin sein könnte, Mann. Ich dachte, du hast denn da gut im Blick? Ja, ja. Aber ich habe schlecht geschossen. Oder ich komme mit dem... Mit dem... Hat der Waffe nicht klar. Und was war der letzte Standort? Wo hast du ihn beschossen? Vor einem der... Also ich hoffe, du wirst dann das Motorrad sehen. Dann kann ich dir sagen, wo er war. Er muss auf jeden Fall in Richtung Westen geflüchtet sein. Der Westen ist dahinter. Ich bin jetzt ganz oben, ganz, ganz oben auf dem Berg. Siehst du an einem der dreieckigen Hangars das Motorrad? Ja, das sehe ich. Und da siehst du links davon jetzt meinen Kopf. Warte kurz. Du bist schon da unten, oder wie? Ja, ich bin schon drin im Hangar. Ach Gott. Siehst du meinen Kopf? Warte kurz. Ich muss noch kurz das A50 ausrüsten. Scheiße, warum habe ich so scheiße geschossen, Mann? Da unten ist ein Zombie. Da unten ist ein Zombie. Also du bist in dem Hangar, wo das Motorrad ist, oder wie? Genau, genau. Und er war da auf der Motorradseite. Da habe ich auf ihn geschossen. Und dann... Ah, ich sehe ihn. Auf der Landebahn. Das ist ein anderer Bandit. Auf der Landebahn. Richtung Tower. Okay. Und da schießt jemand auf den. Siehst du den? Der läuft zur Tankstation. Kannst du den übernehmen? Warte kurz. Weil dann schaue ich, wer auf den schießt. Ich bin gerade falsch, du. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht töten. Jetzt ist er hinter der Schule verschwunden, Mann. Ich sehe ihn nicht mehr. Da hinten rennt der Zombie aber nicht los. Wo steckt der? Wieso kann der auf den schießen? Siehst du ihn noch? Nein. Irgendwann in der Schule habe ich ihn verloren. Dann habe ich jetzt in beiden Richtungen Feinde. Kevin? Ja, ich sehe nichts. Mach was. Du bist in einem von den Dreieckhangen. Ja, in dem, wo das Motorrad draufsteht. Ja, da bist du drin. Dann weiß ich mal, wo du bist. Hast du ungefähr gehört, von wo die Schüsse kamen? Die Schüsse kamen... ...ziemlich westlich. ...ein bisschen in den Süden rein. Also von da, okay. Der muss ganz weiter hinter geflüchtet sein. Und der andere Kerl, den habe ich an der Schule verloren. Ich habe auch gesehen, dass er in die Schule, glaube ich, reingelaufen. Der ganz hinten an den Baracken, tu du, ganz Richtung Westen ist Zombie-Akro. Okay. Das sehe ich leider nicht. Das sind die Holzbaracken, da haben wir letztes Mal gelootet. Dann wird er das sein. Okay. Dann gehe ich da näher, kannst du die Schule sichern? Ja, mache ich. Ich sehe die Holzbaracken. Okay, da sehe ich einen Zombie-Rennen. Da bin ich wieder Zombie-Akro, ja? Richtung Baracken, aber der ja schon wieder Richtung zu uns fährt. Ja, da hinten ist ein Tower. Okay. Der Zombie scheint in... Der liegt wohl auf dem Tower oder so. Aber da sind Bäume davor. Ich kann mal gucken, ob ich eine bessere Position... Passt schon, kümmert du, schau mal du zur Schule. Okay. Um den Tower-Kerl kann ich mich kümmern. Okay, oben auf dem Tower sehe ich ihn nicht. Muss ich jetzt ganz genau das Umfeld abstehen. Äh, da rennt schon wieder einer. Er rennt auch wieder da. Zum Tower und bleibt stehen. The fuck? Irgendwie passiert in der Schule gar nichts, tu du. Vielleicht ist er geflüchtet. Er hat ihn die ganze Zeit beobachtet. Wow. Was ist los? Da liegt ein Gidi bei mir am Berg. Das ist Cobra. Kauf ihn dir. Warte kurz. Bin runter. Wieder ein Zombie gerannt. Achtung. Ich schieße. Ja? Nicht erschrecken. Tot. Ich habe gar nichts gehört. Und der andere Cobra. Sniper raus. Okay. Sniper mit Gidi. Kevin. Cobra-Klan. Ausgelöscht. Du ganz allein. Yeah. Geil. Hat Spaß gemacht. Also ein richtiger Banden-Krieg hier. Cobra gegen uns mit noch einer anderen Partei. Irgendwie ja. Cool. Aber ich habe deinen Schuss gar nicht gehört, Mann. Da läuft ein Gidi zum Motorrad. Ne, normaler zum Motorrad. Ein Wendel oder so. Dann ist das der von vorhin. Kannst du ihn? Schaffst du es? Ich versuch's mal. 500 Meter. What the fuck. Tot. Ich habe keine Meldung. Jetzt. Leule, Kevin. Ich habe ihn erwähnt, ey. Ah, 50 FTW. Jetzt will ich aber auch diesen einen Penner hier erwischen, Mann. Er gibt uns einen Ehrenkill noch. Aber der pullt immer Zombies. Und die werden... Also der Motorrad war ein Bandit. Mit so einem Hel... Ah gut, die Skins sind unterschiedlich. Dann war das wahrscheinlich der von der Schule. Das ist eine Nippon, jetzt okay. Nippon, beide Kobras haben wir. Ein bisschen Schiss hier oben. Ja, 500 Meter ist schon weit. Das war gut geschossen, Kevin. 600 Meter auf jeden Fall. Ah, ist 50. Und schon voll den Arsch. Der Kofar, der hat ein Handy bekommen. Ich versuch da jetzt noch näher ranzukommen, auch wenn hier schon Zombies rumlaufen. Kann es gerade nicht zu dir kommen? Ja, ja. Ich muss meine eigene Position ein bisschen sichern. Ich kümmere mich schon rum. Okay, nur dass du nicht denkst, ja, hier, der guckt die ganze Zeit da runter. Ab und zu kann ich mal runtergucken. Also er ist doch nicht mehr in der Schule gewesen. Ja, natürlich dreht der Zombie in meine Richtung ab. Natürlich pulle ich den Zombie. So, wie das Motorrad packt. Oh, der ist da voll den Hangar hochgerast, Mann. Als wollte er den als Sprungschanze nutzen. Cool. Der Kerl schießt. Habe ich ihn gerade auf dem Tower drauf gesehen? Ich habe noch ganze vier Schuss. Mein Magazin ist angebrochen gewesen. Okay. Ich könnte jetzt die Position wechseln, Tudu, und mit hinterher schauen, beziehungsweise schießen. Wenn du magst und kannst, gerne. Loll. Okay, kleinen Moment. Ich dachte, da ist noch einer, aber es war ein Schaf. Entweder der liegt am Dach des Towers, oder er ist da auf jeden Fall irgendwo in der Nähe. Der Gidi da einfach lag neben mir. Also es war schon ein bisschen weiter weg, 200 Meter. Ich habe direkt einen Headshot geschossen, aber trotzdem. Er hat mega schrocken. Glaube ich. Wo steckt der Kerl? Da wird der Zombie gepullt. Wo zum Geier ist der? Noch näher ran wäre eigentlich schon unverschämt, Mann. So, ich fühle mich jetzt ein bisschen sicherer. Jawohl. Wechsle mal die Position. Oder meine Motte in die Hand genommen. Ach, natürlich bagge ich durch die Treppe. Wo ist es der, Senior? Der hat einen verdammt langen Atem. Wo auch immer er sein mag. Näherst du dich schon? Ja, ich habe jetzt nur mal die Position gewechselt. Ah, ich sehe den Tower, okay. Meinst du, er ist in Tower? Zuerst dachte ich oben auf den Tower drauf, ja, aber er zeigt sich einfach null. Ich schaue jetzt mal mit der AS-50 in Tower rein. Er ist im Tower, so du. Lol. Aber ich kann nicht schießen. Oben im Glasteil, oder was? Er zielt direkt, er zielt direkt, er zielt direkt zum Aufgang. Also du kannst auf jeden Fall nicht hoch. Okay. Toll, jetzt schaue ich mal, wie weit das ist. 873 Meter. Oben im gläsernen Abteil, ja? Genau, da ist er drin. Schießt er schon wieder? Hör auf, Zombie. Ich sehe ihn leider nicht. Es ist nicht mehr da. Vielleicht kommt er jetzt. Du bist da unten an der Baracke, okay, ich habe dich gesehen. Er war gerade oben im gläsernen Teil. Kann sein, er kommt raus. Kannst du nach links schauen, weil ich kann nur die rechte Seite sehen? Nein, kann ich leider nicht. Okay, dann schaue ich. Ich kann dir die rechte Seite bewachen und oben den Turm. Okay, dann schaue ich links. Sag es mir, sobald du ihn wieder siehst. Jo. Langweiliger Camper. Er hat auf jeden Fall irgendwie Carmo oder Soul Shop closing an. Ähm, sicher? Mhm. Aber was ich hier hinter gescheucht habe, war ein Bandit. Na gut, vielleicht hat er hier was gefunden. Kann auch sein, aber er hatte noch was irgendwie. Also wenn du ihn hochjagst nochmal, dann könnte ich... Hinten läuft noch ein Bandit, tu du, am Wasser. Habe ich gerade gesehen, ganz, ganz hinten. Oder Himmelsrichtung, Süden? Genau, Richtung Tower. Genau, äh, 260 Grad. Am Wasser ist ein Bandit gelaufen. Das sind zwei Leute. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Also Westen. Äh, genau. Ja, genau Westen. Also die Blickrichtung Richtung Tower von mir aus. Dann noch weiter. Vielleicht schießt er dann auf den die ganze Zeit. Da ist gerade ein Bandit am Wasser entlang gelaufen. Aber schon ziemlich nah bei dir, also pass auf. Tätig, ich kann deine linke Seite aber nur ganz schlecht beobachten. What the fuck? Hallo, pass auf dich auf. Ja, ich höre Autotüren. Wahrscheinlich wird da irgendwie der UAZ stehen oder so. Ich kann aber beim Besten Willen nichts sehen. Kommt ein Wildschwein auf mich zugerannt. Ich überlege gerade, ob ich links an diese Betongaragen hinrennen soll. Da bist du, rechts von dir kommt ein Zombie. Oh ja, schön. Tower ist keine Bewegung. Dann versuche ich jetzt, glaube ich, links da. Und von deiner Blickrichtung aus, Richtung Tower, da ist er links am Tower, hinten am Wasser entlang vorbeigelaufen. Ein Bandit. Mehr habe ich nicht gesehen. Nur ganz kurz da vorbeiflitzen. Der schießt. Wie bescheuert. Echt? Ja. Weißt du das nicht? Ich hör's hier nicht. Ich flitz jetzt hier zu diesem Stein. Fast einen Kilometer entfernt, Tulu. Oh ja, ich höre ihn gut. Muss weg. Das ist ein Spieler-Heli. Ja, das ist ein Spieler-Heli. Wo zum Geier ist der? Der ballert da unten wie bescheuert rum. Auf was? Weiß ich nicht. Schießt nichts zurück. Okay, ich habe das Auto gesehen, wo ich die Türen gehört habe. Pass auf, du, du bist ein Zweispieler. Ich scout jetzt mal das ganze Gebiet wieder, weil ich weiß nicht mehr, wo du bist. Und sobald ich irgendwie eine Bewegung sehe, egal ob es du bist, egal irgendwas, ich sage sofort Bescheid. Siehst du links diese Steinen? Ah, du läufst jetzt gerade? An diesen Steinen. Sprint, ja. Genau.